Willkommen zurück zu Super Mario 63 und ich habe einen Fehlpart gemacht, also der Turm wurde nicht aufgenommen und da hatte ich schon einiges halt gemacht und ich kann das nicht zurücksetzen, deswegen jetzt nochmal, also hier ist ein Steakle, das ist in dem Raum, wo wir schon die ganze Zeit sind, halt mit dem Ice-Level. So, dann gucken wir mal, was ich das letzte Mal gemacht habe, das werden wir natürlich jetzt auch nochmal machen. Das hatten wir schon, dann kommt das jetzt. Das ist einfach eigentlich, ne? Ja, klar, ich drück doch schon die ganze Zeit. Okay. Mann. Egal. Willkommen zurück! Ja, 처� fan her. So ist das Aufgabe darzulegen. Ich habe keine Grenzen. Rambok. Jesus hat mega viel, bei dem er das in den Formel vermeint ist. Bauch! und wenn man sich dreht dann um Schleuert man ihn eher als Elber weg und dann, oh UAH! NEIN! Okay, das ist mir das letzte Mal auch nicht passiert. Gut, jetzt ist er tot. Ja, er ist nur blau, das heißt wir hatten ihn eigentlich schon eingesammelt. Aber das ist ja jetzt erst mal nicht schlimm. Ich mach das jetzt praktisch alles doppelt. So, das hatten wir dann, Red Coins. Ähm, ja erst mal hier alles einsammeln. Oh Gott. So. Dafür schießen wir uns hier hoch. Wir machen den hier erst mal runter, das nervt. Pinguin. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich mach das jetzt. Ähm, ja. Ich mach das halt so. auch wenn es nicht viel nützt. Ja, ist eh gleich vorbei. Ja, ist eh gleich vorbei. Eier Sprung macht? Das hab ich das letzte Mal als Letztes gemacht. Aber das geht jetzt auch. Nein Ey Weg mit euch So Geht doch Boah, das gibt's doch nicht Auf jeden Fall, da war auch was Kann's doch nicht sein Ja Das gibt's doch nicht Gegner kommen auch immer wieder Die werden auch nicht weniger Nein Das war ein Glitch, oder? Hab mich ziemlich genau erinnern Dass ich Da reingekommen bin Ja gut Ja Das ist wirklich richtig Blöd gemacht, da hat der wahrscheinlich nicht richtig Abgemessen, auf jeden Fall Ähm, man kann's zwar schaffen Aber man muss dann wirklich bremsen Und das ist doch nicht Sinn der Sache, oder? Ja Oh, Mann Man kann auch nicht höher steigen Das ist auch ein Problem bei dem Flugding Ja Weg mit dir Geht doch Ja Eigentlich wollte ich zurück erstmal und den dann noch holen Aber das geht jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr Was ist hier los? Was ist hier los? Nein So was akzeptiere ich nicht Das geht Gar nicht Ah Puh Nooo Genau An So Jetzt nur noch Den Rest einsammeln Ich bin auch nicht schwer versteckt Nein Das gibt's doch nicht Wie schlecht bin ich heute eigentlich? Oh, das ist... Ich sag's euch, gleich im letzten Part lief's besser. Also, wir werden heute nichts Neues mehr anfangen können. So, der Rest ist hier. Wieso hab ich mir keinen Chat-Click geholt? Oh, ist es überhaupt? Das Chat-Click. Da hoch müssen wir, da ist der Rest. Der Berg ist einzig und allein für die roten Münzen. Und das auf dem Chat-Click. Okay, ich sollte jetzt wirklich mal das Chat-Click benutzen. Dieben. Ach, egal. Ich wollte mich eigentlich nicht drehen, aber naja. So! Nein, falsche Richtung! Wow! Nein! Nein! Ja! 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 Dann hätten wir dann auch... Ja! Jetzt kommt noch eigentliches Iglu! Ja! Ja komm, machen wir das noch! Ja! 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 ich weiß gar nicht mehr wo das war aber da ist eine karte klasse aber ich denke mal dass es in der richtung ist ja in richtung schneemann weil da gibt es da verstecken ist es doch was mache ich heute ja also ohne jetpack ist das da wirklich schwer irgendwie aber irgendwie auch nicht ich bin einfach nur schlecht so macht die schneller ja wofür noch kein jetpack gesehen da ist es ja ohne jetpack aber nicht erreichbar da sind check da oben das gibt es doch nicht da oben müsste doch eins sein oder glaube ich mache jetzt zwei part miteinander da gibt es eh keine jetpacks aber ich will jetzt nicht noch mal ganz zurücklaufen da gibt es einen jetpack da ganz oben ganz oben ja ist klar man schätze ich hasse goombas mittlerweile die nerven in dem spiel sowas von generell irgendwie die gegner sind da viel zu klein so und dann im nächsten part werdet ihr das hier sehen freut euch drauf also bis zum nächsten part und tschau